Wir am Gymnasium Birkenfeld bieten unseren Schülern neben dem deutschen Abitur die Möglichkeit, ein internationales Abitur abzulegen, kurz IB genannt. Das bedeutet, dass sie, nachdem sie das deutsche Abitur absolviert haben, im Mai weitere Klausuren schreiben und damit einen weiteren Abschluss vorweisen können. Ich bin der Janne. Ich habe IB gewählt, weil es mein Englisch verbessert und mir bei Themen im deutschen Unterricht helfen kann. Wir nehmen Literatur durch, wir machen Grammatik, Rechtschreibung. Sie lernen voneinander und miteinander. Ja, das Gute am IB-Unterricht ist, dass wir gerade in sehr kleinen Gruppen sind und dass die Lehrer direkt auf uns eingehen können. Wir können unsere Fragen stellen. Im Vollprogramm ist natürlich dann auch Biologie drin. Da hat man viel mehr Praxis als im deutschen Unterricht. Man seziert viel und man protokolliert das Ganze dann auch. Aber ja, man lernt viele Organismen kennen und auch wie die funktionieren, was sehr spannend ist und sehr viel Spaß macht. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, sein Englisch zu verbessern, weil man im normalen Unterricht nicht unbedingt die Chance dazu hat. Das kann auch nützlich sein für die spätere Berufe, wenn man zum Beispiel noch andere Zertifikate hat, kommt das ja im Job sehr gut. IB schafft es, Schüler dazu zu motivieren, selbst zu kritischen Denkern zu werden und so für ihr eigenes Leben viel zu gewinnen.